Zum ersten Mal trägt ein Gebäude das Allgäu-Logo. Das Alpseehaus in Immenstadt bekennt sich dadurch zum Allgäu und zum Markenversprechen der Allgäu GmbH. Das bedeutet vor allem, dass das Allgäu noch sichtbarer wird. Für die Gäste, aber auch für die Bürger im Allgäu. Und damit bewusst wird, dass überall Allgäu ist. Hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment komisch an. Aber dieses Bewusstsein zu schaffen, dass auch Immenstadt Allgäu ist, dass der Naturpark Allgäu ist, dass das Naturparkhaus Allgäu ist und für die Werte des Allgäus, nämlich die Nachhaltigkeit und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit steht. Und, das möchte ich ganz besonders betonen, die Bereitschaft des Naturparks und der Stadt Immenstadt nicht nur sicher vorzuheben, sondern immer auch deutlich zu machen, wir sind auch Allgäu. Für die Zukunft wünscht sich Klaus Fischer noch mehr Partner, die für die Marke Allgäu stehen und ihre Werte widerspiegeln.